Kritiker. Ja, wenn die Kritik von professioneller Seite kommt, dann wurmt die mich schon ein bisschen und ich versuche eigentlich da auch immer was dran zu tun. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Kritik, die so in Hater-Richtung geht. Da muss man dann überlegen, ist das gut, wenn ich das kritisiert würde oder ist das schlecht? Und manchmal ist es auch so, dass das, was kritisiert wird, finde ich eigentlich gut. Und dann sage ich mir, gut, dann ist das jetzt auch irgendwie ein Lob. Amen.